Wie kann das ändern? Erwachsener, älter, ne wir gehen natürlich mit Jungs, äh Jung, oh Gott, wir gehen mit Jungs. Entschuldigung, oh das bin ich morgens, wenn ich aufstehe. Schön. Nasenrückgelenke. Das bringt mir jetzt auch nichts. Okay, wir müssen anscheinend... Entschuldigung. Ich kann die Nase übrigens auch verschwinden lassen. Was machen wir denn für schöne Haare? Guck mal, dann sieht sie auch nichts mehr. Guck, dann sieht man die Nase auch nicht mehr. Wir gehen damit. Das Gespür... Wow! Wie kann man nochmal ausweichen? Wo war der? Aua! Au! Ja. Ja. Ja, war schön, ne? Das war Elden Ring, meine Freunde. Moment mal. Da, ich hätte gar nicht gewinnen können. Das war Teil der Story. Natürlich wusste ich. Pfff. Was denkt ihr denn von mir, dass ich denn die ersten Kamen so grandios... ...verlieren will? Sicherlich. Das hat mir niemand geglaubt, ne? Pfff. 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 Ich hab den... Ich hab den Finger jetzt in meiner Hosentasche. Pfff. 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 staubsaugen wieder spaß ich glaube sie wollen keinen staubsauger okay tschuldigung ich dachte du wärst der halluzination der hammer ist gemein er fühlt sich hammer wie ich mich bewege in dem auftritt ich bin ganz einzig artikel unglaublich toll Toll. Tschüss. Jetzt steht ein Pfeil da drin. Mach. Ich hab Spaß und ihr so. Ich hab Spaß und ihr so.